Hallo, ich bin euer Danny aus eurem Magenstore in Ebern und zwar habe ich für den dieswöchigen Crazy Friday eine ganz besondere Sache, nämlich von Jura die E6 Kaffee Vollmaschine. Das Angebot ist von morgen, dem 20. bis zum 26. am Donnerstag. Also schaut gerne mal zum Laden vorbei oder guckt auf unseren Onlineshop, ich freue mich auf euch, habt's gut, tschüss.